Herzlich Willkommen zur heutigen Pressekonferenz von Erzgeberge Aue heute zur Vorstellung unseres Vorstandskollegen Ben Westphal, unser letzter Vorstand, den wir im Team von Erzgeberge Aue herzlich begrüßen. Hallo Ben! Wie Sie schon gesehen haben, heute kein richtiger Pressesprecher dabei Matze ist im Urlaub und der Höse ist auch im Urlaub oder eher gesagt Peter Höhne und Hans-Peter Felge im Urlaub deswegen muss ich heute einspringen für beide Am nächsten Mal werden wahrscheinlich einer von beiden wieder dabei sein ich hoffe das ist es nicht allzu schlimm ich stelle heute meinen Vorstandskollegen Ben Westphal vor ja also wir sind auch durch ihn auf Matze gekommen, Matze hatte halt schon etwas länger Kontakt zu ihm durch die Website, die arbeiten zusammen da dran dann hat Matze uns halt ihn vorgestellt, eigentlich haben wir ja keinen Vorstand mehr gesucht aber Matze hat ihn halt dann doch vorgestellt, wir hatten dann halt etwas längere Gespräche in der privaten Gruppe bis wir zum Entschluss gekommen sind, dass wir ihn dann halt doch annehmen als dritten Vorstand, da wir ja immer nie sicher sein können, ob vielleicht einer mal inaktiv wird dann halt der dritte Vorstand richtig reinrückt und deswegen haben wir Ben dazu geholt ja ich würde sagen Ben, stell dich doch erstmal gleich mal vor ja, also ich bin hier seit ein paar Wochen beim FCS Gebirge Auer gelandet und mir macht hier bisherige Arbeit sehr viel Spaß und ich hoffe einfach auf eine gute Zusammenarbeit umgezogen bin ich auch schon in der Nähe vom Stadion, genauso wie der Matze und ja, ich freue mich einfach nur hier auf die neue Herausforderung Ok, dann die erste Frage von der Presse vom Kick-Up Wurden Sie auch mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht, Herr Westphal? Nein, ich kam hier ich habe halt auf der Website mit Matze zusammengearbeitet und da habe ich einfach mal angefragt, ob bei Auer noch was frei ist und es war was frei und ich bin einfach hierher gekommen ohne einen Kontakt zu anderen Vereinen Und warum haben Sie ausgerechnet Auer genommen? Es gab halt noch bestimmt andere Vereine, die jetzt halt kein Interesse haben aber warum haben Sie nach Auer gefragt? Was unterscheidet diesen Verein zu anderen Vereinen in der zweiten Bundesliga? Ja, also zum einen kannte ich hier schon Leute und zum anderen Auer gerade erst frisch aufgestiegen vor zwei Jahren, nein vor einem Jahr, der unglückliche Abstieg und ich wäre einfach eine Herausforderung und ich denke, dass wir die auch gut meistern können unser Saisonziel ist der Klassenerhalt und wir haben einen guten Trainer wir haben zwei andere gute Vorstände und ich freue mich einfach nur auf die neue Herausforderung und auf die neue Saison Dann die nächste Frage vom Auer TV Was kannst du zum Verein und der Stadt Auer sagen? Ja, also ich habe mir heute schon ein bisschen die Stadt angeguckt ich war in der Kirche und auch in der Altstadt ist alles sehr schön hier und wie gesagt, ich wohne in der Nähe vom Stadion in einem Wohngebiet und die Luft ist auch schön hier halt das schöne Erzgebirge und ja, zum Verein frisch aufgestiegen, habe ich ja eigentlich schon erwähnt der bittere Abstieg aber dann der sofortige Wiederaufstieg Dann die nächste Frage von der Süddeutschen Zeitung an beide Wie war Ihr bisherigen Kontakt miteinander und auch zu anderen Vorständen? Also der Kontakt zwischen uns beiden war eigentlich sehr gut Wir haben eigentlich ganz gut geschrieben viel in der Gruppe wie es halt eigentlich normalerweise ist dass man oft schreibt über Transfer Angebote oder über Transfer News also oder halt Angebote, die Philipp ähm, die Philipp nicht Philipp, ähm, Ben hatte die er vielleicht verpflichten wollte Dann hatten wir halt noch ähm, andere Gespräche wie zum Beispiel wer sich das hier vorstellt Ja, was sagst du dazu, Ben? Ja, ich kann mich dir nur anschließen und ich kann da auch nur sagen dass wir über wir haben viel über Transfers gesprochen ich habe da auch schon die einen oder anderen Vorschläge eingebracht ich habe auch die einen oder anderen Spieler auf Inslette hier die ich gerne verpflichten würde Sie arbeiten ja auch mit Herrn Blanger für die Website zusammen Wie ist dort Ihre Zusammenarbeit? Ja, eigentlich sind wir da in der Website-Gruppe ein eingeschworenes Team jeder hat seine Aufgaben jeder meistert sie und wir machen es so dass er mir manchmal hilft mit Infos wenn ich nicht so viel Zeit habe und ich helfe ihm manchmal wenn er nicht so viel Zeit hat Es wurde bekannt gegeben dass Aue in der Quali spielen muss um am DFB-Pokal teilzunehmen Gibt es da irgendwelche Wunschgegner oder wie finden Sie es dass Sie in der Qualifikation spielen müssen? Ja, es ist eigentlich nur sportlich gerecht dass wir in der Quali spielen müssen wir sind aufgestiegen insgesamt sind es 36 Mannschaften 32 werden in der ersten Runde spielen deswegen muss es ja eine Qualifikation geben und ich würde ganz gerne in der ersten Quali-Runde die Löwe aus München raushauen einfach ich sage dazu einfach nichts mehr ich fange lieber nicht an über diesen Verein zu meckern und zu reden Sie sagten vorhin ja schon Klaffenhalt ist Ihr Ziel Gibt es da irgendwie was von Keters also ob es irgendwie einen Platzierungswunsch gibt also zum Beispiel zwischen 10 und 9 oder ich sage mal nur der Klaffenhalt Ihr Ziel Ja also eigentlich ist es hauptsächlich dass drei Mannschaften unter uns sind der Rest ist mir um es auf gut Deutsch zu sagen einfach egal vielleicht spielen wir oben mit vielleicht müssen wir uns am letzten Spieltag retten aber der Klaffenhalt ist unser Ziel ich kann halt die zweite Liga noch nicht so richtig einschätzen die ganzen neuen Trainer neue Spieler werden kommen und es wird eine spannende Saison das kann ich Ihnen schon mal versprechen Was denken Sie wie werden die Absteiger abschneiden in der nächsten Saison Ja also ich denke Hannover wird aufsteigen und die anderen beiden Absteiger werden keine große Rolle spielen vielleicht wird der eine vielleicht wird der eine nochmal durchgereicht aber ich denke dass Frankfurt sowohl als auch Ingolstadt den Klassei schaffen werden okay dann am 3.7. der Spielplan der YouTube-Bundesliga veröffentlicht gibt es da irgendwie Wunschgegner die sie am Anfang gerne haben würden oder am Anfang gerne vermeiden würden ja eigentlich wir müssen eh gegen alle spielen also es ist ziemlich egal ein Heimspiel wäre schön und vielleicht ein Derby gegen Dynamo Dresden aber es ist sehr unwahrscheinlich weil beide Mannschaften aufgeschrieben sind es ist sehr unwahrscheinlich dass wir dann auf die am ersten Spieltag treffen werden von daher ist es mir eigentlich vollkommen egal ja ich sehe jetzt hier auch keine weiteren Fragen mehr ich würde sagen das war es von der Pressekonferenz wenn es noch Fragen gibt dann schreibt die bitte in die Kommentare dieses Videos dann kommen später nochmal irgendwann neue Konferenzen also Pressekonferenzen mit vielleicht allen vier Mitgliedern mit dem Trainer mit den drei Vorständen das war es heute zur Vorstellung von unserem letzten Vorstand Ben Westphal das war es tschau tschau auch von ihr tschau auch von ihr tschau auch von ihr